Hallo? Einen wunderschönen guten Tag. Haben Sie Donuts? Wie bitte? Ich habe gefragt, ob Sie Donuts haben. Ja, schon. Wir haben Message-Donuts oder Rainbow-Donuts? Gut, ich nehme sie alle. Wie bitte? Ich nehme sie alle. Alle? Alle. Wie viele sind es? Also sechs. Message-Donuts und fünf Rainbow-Donuts, ja? Gut, ich nehme sie alle. Vielen Dank. Dann Bar oder Karte? Was ist das für eine Frage? Ich bezahle sie nicht. Ich nehme sie mir einfach.